Willkommen zu einem neuen Zaubertrick. Der Trick heute funktioniert mit einer Münze. Ich lege mir die Münze auf meine Handfläche, streiche mit der anderen Hand dort drüber und plötzlich ist die Münze verschwunden. Doch was ist das? Da hinten taucht sie wieder auf. Ja das war der kleine Münzen-Effekt. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Ciao!